Die Bates High School feiert ihren Abschluss bald. In der festlich dekorierten Turnhalle geht es hoch her. Alle Schüler sind anwesend, sogar Carrie White. Das Mädchen, das niemand leiden kann. Uns allen tut dieser Vorfall sehr leid, Cassie. Ich heiße Carrie! Das Mädchen, das von allen verlacht wird. Carrie ist verrückt! Carrie ist verrückt! Das Mädchen, das in dem unheimlichen Haus wohnt. Zusammen mit ihrer verrückten Mutter. Nein! Hilf diesem sündigen Weib, die Sünde zu erkennen, die sich durch ihr Blut offenbart. Zeig ihr, dass wenn sie ohne Sünde wäre, der Fluch des Blutes sie niemals getroffen hätte. Das Mädchen, das geheimnisvolle Kräfte besitzt. Wenn ich mich ganz stark konzentriere, bewegen sich die Gegenstände. Aber heute Abend wird niemand mehr über Carrie lachen. Sag mal, würdest du mit mir auf den Abschlussball gehen? Ihr Partner ist der begehrteste Junge ihrer Klasse. Sie wollen mir nur wieder eins ausfischen. Sie wird zur Ballkönigin gewählt. Nun, weißt du, ich kann dafür sorgen, dass ihr Carrie White nicht noch tiefer verletzt. Für Carrie geht ein Traum in Erfüllung. Doch für alle anderen wird es ein Albtraum. Carrie, der Satans jüngste Tochter. Der neue Film von Brian De Palma. Nach dem Bestseller von Stephen King. In den Hauptrollen Sissy Spacek, Piper Laurie und John Travolta in seiner ersten Filmrolle. Stehen Ihnen gern die Haare zu Berge? Das wird Ihnen bestimmt passieren bei Carrie, der Satans jüngste Tochter.